Larissa Marold ist auf ihrem Karrierehöhenflug. Ab August steigt die 24-jährige Kärntnerin in der ARD-Serie Sturm der Liebe ein und schlüpft in die Rolle der Ärztin Alicia Lindberg. Die junge Ärztin mit skandinavischen und österreichischen Wurzeln kommt in das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, um ihre Beziehung mit Christoph Saalfeld zu retten. Doch als sie eintrifft, wartet eine böse Überraschung auf sie. Als kleinen Vorgeschmack auf ihre Rolle postet das Allround-Talent ein Foto auf Facebook, das Larissa im sexy Doktor-Kittel zeigt. Dabei schickt sie auch gleich Grüße an ihre Fans. Im Arztkittel macht die hübsche Schauspielerin auf alle Fälle eine gute Figur.